Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge The Binding of Isaac Repentance. Heute geht es rein in den, rein in den Gierigen? Lass uns mal reingehen in den Gierigen, mal tun was so geht hier. Okay, so erstmal müssen wir hier. Okay, let's go. Okay, dann bekommst du erstmal ein bisschen Leben. Wir gehen hier durch. So, so, so. Geil. Okay. 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 So, dann wollen wir erstmal gucken, ob ich hier klarkomme, ne? Na klar. Du, 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 du. Ba, da, ba, du, bu. Ist alles ganz einfach. Wir brauchen gar keinen Stress haben. Ah, ich bin ein bisschen, ich bin ein bisschen vorgefressen. Ich habe gerade eine komplette Packung Chips wegsnabuliert. Ich hatte Knast. War vielleicht nicht die beste Idee. Da kannst du ja auch nicht aufhören, ne? Das ist ja so, was kommt als nächstes? Sagen, ne, mir reicht ein Schokobon. Wer sind wir? Wir sind doch keine Barbaren, die in Barbaras Rhabar-Barbar gehen. Ja, okay, vielleicht war das nicht der beste Gag, aber... Oh, geht kaputt. Schade. Warte, ist der jetzt kaputt gegangen? Ja, ich glaube... Verdient. Ne, hab ich nicht aufgepasst. So, wie sieht's eigentlich aus? Devil Deals oder Angel Deals? Wollen wir Angel Deals machen? Wir machen Angel Deals. Okay. Cool. So, haben wir hier eigentlich... Wir haben ne Bombe. Mhm. Okay, dann machen wir... So. So. Das war gut. Wir machen uns ein Getränk auf. The Sun. High Priestess. Ja. Bestimmt. So nämlich. Ihr habt nicht an mich geglaubt. An mich... Ja. Damage. Ach so. Damage. Zum Wohl auf euch. So jung kommen wir nicht mehr zusammen. So. 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 Ich weiß es nicht. Zwei Schlüssel und zwei Ba... Huch! Ich habe gerade geguckt, im Steam Workshop gibt es eine Mod, wo der Greedier-Mode noch schwieriger wird, wo ich mir dachte, oh ja, das brauche ich unbedingt! Bitte! Oh, Rudi! Seitdem du noch nicht in Therapie bist, bist du auch ganz schön... Du wirst aggressiver! Ja! Ja! Lass uns doch einfach mal das wie Erwachsene klären, oder? Ja... Ähm... Machen wir mal... Nee! Hier... Hier... Und... Hier... Hier... Fgeräum... So... So, dann lass uns mal gucken hier. Ja, 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 ja. Du bist ein Lappen, bist du. Ein Lappen, la, 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 Lappen. Geile Nummer. Ich möchte keine Devil Deals. Invested? Invested? Ja. Ja, ich muss mal eben Stecker ziehen. Uh. Da, 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 die. Wir müssen noch eben kurz so, du, 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 du. Da ist nix, da ist nix. So. Toll, jetzt habe ich mich verjagt. Äh. Pff. Können wir uns den teilen? Nein. Ne, nein. Ah, du bist so dumm, na? Teaser, wunderbar. Wir haben einen, so. Und das ist, yo, 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 yo. Alles ist so cool. Cool, cool, cool. Na, das ist doch ganz, das ist gut. Ich kann mich nicht beschweren. Hey. Ich hab da schon kommen sehen. Nee, nee. Das war ein kleiner Fehler. Zu kurz warten. So. 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 Oh, den, die, ich hab's nicht gesehen Naja Passiert So, jetzt einmal bitte in den Angel Deal Dann machen wir Ein paar Experimente So, so Das war gar nicht mein Plan Egal Take it Okay, ich hab noch Ist das ne Jarrah Two of Diamonds Nehmen wir Ich sag leise Scheiße Da hätte ich jetzt Au, was ist das denn hier Ach, das ist ein Hinterkopf Ne, da könnte ich, äh, da hätte ich, äh, die, 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 die Two of Diamonds Hätte ich Oh, crap Spawns a random heart Schwing Eine Schaufel Aha 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 Okay So kann ich das jetzt hier so Ja Weiß ich nicht Weiß ich nicht Rom Valiska Nein Nein Nee 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 Oh ne Bombe So nämlich Äh, wir positionieren den Kollegen hier wieder hier zwischen Dann machen wir den Dann machen wir den Dann rennen wir ganz schnell weg Schreien dabei um Hilfe So So Hm Komm wir nehmen das mal mit Jo Hm 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 PH Dizzle Save Oh, ja, stimmt Eigentlich unnütz Ja Das war's Already Hm Jetzt ist es frech Ach, warum Ihr nervt Und stinkender Maggi Oh my god Oh my god Ja, das ist, das ist, das ist, das ist, das gefällt mir sehr Oh my god Oh my god Oh my god Nein, 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 nein Was machen wir da? Oh my god Oh my god Äh, 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 ähm. Och, man. Weicht doch nicht aus, wenn ich auf dich schießen möchte. So. Und erledigt. Die müssen jetzt hier nur ein bisschen... Okay. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. So. Gut. Gut. Gut, war da jetzt noch irgendwas, was ich mitnehmen möchte? Nein. Wir hoffen jetzt einfach, dass da auch irgendwie was... Ein Schlüssel ist super, aber eigentlich wollte ich eine Bombe. Justitia. Dann lass uns doch Justitia mitnehmen. Du, 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 du. Du, 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 du. Was haben wir denn da? Wieder ein bisschen Geld. Oh, meine Leben sind gar nicht so schlecht aus, wie ich dachte. Ha. Lol. So. Wen geben wir das? Das ist Damage, ne? Mhm. Ich weiß. Speed down. Ja. Ist okay. Warte mal, warte, warte, warte. Ne? Okay. Okay. Da vielleicht? Auch nicht. Ah. Ah. Leute. Wie sieht's eigentlich aus? Gut. Oh. Perfekt. Beeilung, Beeilung, Beeilung. Ähm. Be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be. Ach, ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Das Damage der... Diggi, langsam an, hier. Da fehlt noch einer, Kollege! Achter, ey. Nächstes Jahr, wir haben keine Zeit, wir haben keine Zeit. Eigentlich haben wir Zeit, aber wir haben keine Zeit. Ein Nachmann drin wird hier platt gemacht. So. Aber ich wollte doch ein Angel-Deal. Du formalisiertes Spiel, ey. Ich hasse dich. Vielleicht war das dumm, aber du bist auch dumm. So. Don't forget! Spät! Ja. 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 Okay. 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 So. Wo kommen sie denn her? Junger Freund. Hallo? Achso. Ah, 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 Hilfe, Hilfe. Das war ja gar nicht gemein. Ich hab was vergessen. Hm. Fly me to the moon. Ich habe gar nicht... HP ab oder nicht. Nö. Nö. Ei, 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 ei. Die Stars brauchen nicht mehr. Und du? Two of Diamonds. Uh. Taken wir. Oh, das könnte ja... Das könnte ja noch richtig gut werden. Ich nehme alles an Geld. So, so, so. Ups. So, 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 so. Dann machen wir mal den hier. Dann wenigstens habe ich jetzt den Laser. Rrrr. Nö. Nö. Jetzt... Also, verscheißen kann ich mich auch alleine hier. Nö. 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 Übertreib mal eben, danke, reicht. Gut. Bisschen an Leber habe ich eingebüßt, das ist... Geld, 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 Geld. Geld stinkt nicht. Ja, du kriegst auch was. Gut, gut. So, 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 so. Ha! Oh, meine Augen. Oh, meine Augen. So, dann lass uns doch mal ein bisschen schauen. Ich möchte die haben. Whatever. So, dich will ich noch ein bisschen behalten. Wie sieht es eigentlich aus? Ich habe ausgemaxte Tears. Wait, das bringt mir nichts. Äh, das finde ich gut. Guck mal, hier so. So. Ach komm. Komm. Komm, hier. Ja, ne mit. Kriegt nichts, ne? Das geht so. Schwing, schwing. 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 Hm. Wir nehmen mal. So. So. Vielleicht. Oh, Staple Reno. Vielleicht bekomme ich ja noch diesen... Das brauche ich nicht. Ähm. Wie heißt denn das noch? Tower-Ding. Ich habe keine Ahnung. Spann bin ich schon, ne? Scheißegal, Alter. Ja, siehste. Dann wieder zack hoch auf und... Okay. Diesmal darfst du. So, einen habe ich noch. Nee, das will ich auch gar nicht. So. Ah ja. Curse of the blind. Ist jetzt doof. Komm, leg die Sachen jetzt ab. Willst du mich eigentlich komplett auf den Arm nehmen? Ich bin Hunger. Paul湾 lihmischen Flüsch Vers Kirsty. Ja, die. ... Er, okay. ... rale, ... ... Beär düdü, 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 düdü. Jo, ich glaube jetzt stehen, na? Hm. Okay. Ich weiß nicht, warum ich die ganze Zeit das Buch aktiviere, aber das ist schon okay. So. Ach du kleiner Scheiß. Scheiße. Non schaß machst du. Lass das doch jetzt mal. Das klingt ein bisschen arrogant, aber ich glaube, das wird der Kollege nicht mehr allzu lange mitmachen. Ich habe halt auch noch eine Sun-Karte. Ja. Das war's. Geile Nummer. Oh, der ist Genesis. Genesis. Gut. Gut. Was fehlt uns noch? Zwei Sachen noch. Mom und... Hush. Mom könnte... Mom könnte zu einem Problem werden. Hush auch. Gut. Gut. Aber ich sage, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn's wieder heiße, beinig und weiter gut beendet. Bis dahin. Äh. Habt eine schöne Zeit. Gehabt euch wohl. Ciao. Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020